Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Das ist immer noch anders, wollte ich nicht. So, jetzt ist der auch Geschichte. Und der andere Typ ist irgendwo dahin. Dann nehmen wir mal die Panzerfaust raus. Und zack. Und hat der da auf dem Boden geschossen. So, und jetzt rennen wir zu dem. Und knallen dem. Der C4 für die Füße. Bam. Und zinten das. Der überlebt das. So, das Ganze nochmal. Der überlebt das wieder. Was? Ich war doch schon längst aus dem, der im Schuss fällt. Oh, und jetzt schon wieder den ganzen Mist hier. Ich war doch schon längst aus dem, der im Schuss fällt. Der, wie gesagt, der mich noch erwischt. Das Schwein. Ja, jetzt weiß ich schon, wo die Freunde hier herkommen. So, und auch. Achso, jetzt habe ich gedacht, ich werde tot. Und schnell weg. Und den Flammenwerfer aus... Äh, die Flammenwerfer, ja. Ne, eigentlich wollte ich den Raketenwerfer auspacken. Mann. Wo kommt die? Wieso wurden die mir nicht auf der Map angezeigt? Ich habe gedacht, die wären alle tot. Also nochmal, das Ganze. So. Und hier hoch, mal wieder. Die hätten wir. Und jetzt schnell hier wegrennen. Hier hoch. Und jetzt hier die Waffe auswählen. Denn jetzt kommen ja wieder Aliens. Haben wir ja gerade schon mitbekommen. Ah. Boah. Mann, du schaffst. Wieder, meine Fresse. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Oh Gott. X. Ja. Hier unten kommt noch einer, oder? So. Der ist jetzt tot. Jetzt wird nur noch der andere, oder? Ne, einer lebt noch da unten. So, und das war's mit dem. Und jetzt erst mal Tarn-Modus. Und dann suchen wir uns einen netten Platz, um mit der Panzerfaust mal unserem Gegner zu zeigen, wo der Hase herläuft. Ah, leck. Ist ja kaputt. Ne, immer noch nicht. Drei Schüsse haben wir noch. Gibt's ja nicht. Wieso lebt denn noch? Er hat doch schon drei Schüsse abbekommen. Wieviel will denn denn noch einstecken? Ja, so langsam könnte er wirklich mal kaputt sein. Oh, jetzt sind wieder Aliens da. Also andere Aliens. Aber wir haben auch Verstärkung bekommen, irgendwie. Ähm, dann machen wir den Rest jetzt hier mit C4. Das sollte funktionieren. Und weg hier. Oh, da könnte man noch links weg sein. Ist das Vieh jetzt endlich kaputt? Aha. Wird aber Zeit. Vier, ne, fünf Raketenwerferschüsse und noch ein C4 gebraucht. Meine Fresse. So, jetzt will ich auch meine 2000. Watt, 100? Ah, da war der andere hier. Ah, und hier sind die 2000. Ja, ist sehr gut. So. Umsehen. Was ist da oben? Kommt da Watt oder was? Oh, ne, wir werden wieder beschossen. Äh, was soll ich denn machen? Wohin? Ich bekomme kein Ziel. Angezeigt. Oh. Da sind sie, ja. Soll ich schießen, ja, ne? So, vielleicht können wir jetzt endlich mal ein bisschen, äh, Auto-Action haben. Ja, dann komm. Na los, Mann, lass die Beine schlösen. Ich bleib wieder da. Fangen Sie. Sie ist doch hier. Hier, gehen wir. Nein. Meine Beine. Ich geh meine Beine nicht mehr. Heilige Scheiße. Los, Schatz. Los, Schatz. Na los, Mann, wir müssen los. Ich glaube, Herr Eilow, Marie. Nein, Moment. Sie kommen. Das ganze Gebäude ist doch frei. Wir müssen weg. Oh, 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 oh. Okay. Er ist Barclay. Haben alle verbliebenen Marines in Midtown. Sekundäre Evakuierung wurde zum Times Square verlegen. Gefliegen mit gepanzerten Seekrägen-Statortransportern aus. Das Flugverbot über Manhattan wurde für die Soberation und aufgehoben. Die Air Force wird uns nicht rapschießen. Aber die Zeit ist begrenzt, meine Herren. Wir geben Sie sich irgendwie zum Times Square. Wir können nicht auf Sie warten. Beteiligung wird 15 Minuten lang aufrechterhalten. Ich wiederhole. 15 Minuten. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Okay. Ähm. Diese 15 Minuten werden wir dann das nächste Mal verbringen. Beziehungsweise hoffentlich weniger. Sonst schaffen wir es ja nicht rechtzeitig. Also, bis dahin. Wir müssen auf Sie manage die月 erstellt. So.